So, herzlich willkommen zu einer erneuteren Aufnahme Let's Play Insurgency. Hast du gerade gesagt, einer erneuteren? Nein, hab ich nicht. Du wo? Hab ich nicht. Ich hab's auf Video. So, ähm, wir spielen Skirmish auf der Map. Heiz? 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 Heiz. Keine Ahnung. Ne, auch egal. Schweren Lauf raus. Brandgranate. Wir spielen jetzt nämlich Skirmish. Das haben wir auch schon mal gezeigt. Ich bin total verwirrt. Haben wir das schon mal gezeigt? Wir haben, glaube ich, alle Spielmodi schon einmal gezeigt. Also, das ist, ähm, wie... Ja, das ist im Prinzip Firefight nur noch ein bisschen erweitert. Wenn wir das schon mal gezeigt haben, geh ich jetzt einfach nicht mal weiter drauf ein. Nö, mein nicht. So, ich mach mich jetzt auf den Weg... Wo bist du? Du bist mein Team. Wir machen... Ich mach mich jetzt auf den Weg zu E, um es zu zerstören. Wir spielen ja 5 gegen 5, oder was ist das? Nein, 6... Doch, doch. 5 gegen 5. So, wir sind auf dem Server mit maximal 16 Leuten. Also, recht wenig. Und auch ganz wichtig... Man hat kein Fadenkreuz. Ja! Wenn du aus Lüftisch hießt, hast du kein Fadenkreuz. Also, auch bei den anderen nicht. Doch, bei den anderen schon. Nein, 100% ich nicht. Doch. Alter, glaub mir das. Also, ich hab keinen Fadenkreuz. Das ist jetzt eigentlich... So, ich hab E. Jetzt, ich bin gerade auf... E. Jetzt lauf ich einfach mal quer über die Map. Charlie. Ist das einer von mir? Oder ich. Sorry, sorry, man. Sorry. Ähm, wir spielen übrigens auf einem Hardcore-Server. Das heißt, wir können auch die Namen über unseren eigenen Leuten nicht sehen. So, ich hab jetzt eben auf den einfach geschossen. Weil ich dachte, weil D blinkt. Das heißt, Feinde sind dran. Und da kam ein Typ und deswegen hab ich einfach drauf geschossen. Nur, das war ein Fehler. Der Typ. Ist das jetzt ein Feind? Ja, jetzt ist es ein Feind. Ich hab's nicht erkannt. Scheiße. Ich hab es echt nicht erkannt. Zwei gehen von D auf C. Und sind auch jetzt schon an C. Typ. Das ist falsch bei dem. Das ist halt bei vielen, die auf diesem Servers erst sind. Achtung. So, ich mach mir jetzt direkt auf den Weg zu D. Das Schöne ist jetzt ja, dass ich E schon erwischt hab. Das heißt ja, die anderen bekommen keine Verstärkungswellen mehr dazu. Okay guys, we're taking Charlie, watch it. Bin an Charlie dran. So, ein anderer Kollege ist schon an D. Ich geh jetzt... Einfach mal hin und geh ihm helfen. Der wollte bestimmt zur A, den ich hier eben geholt hab. Geh ich jetzt einfach mal von aus. Einer ist auf dem Weg zu C, direkt beim Humvee. Ich treff ihn nicht, muss nachladen, ich bin weg. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ganz ruhig. So, wir haben jetzt D. So, und ich lusche mal da hinten zu denen in Spawn. War die jetzt eingenommen? Da kommen die nämlich gleich. Gegner an Delta. Oh, die sind schon da an. Bin auf dem Weg zu Bravo. Nein! Sieben Health left. Unten links. Killed you with FL and has seven Health left. So, der mit der Typ muss ihn eigentlich gekriegt haben. So, du bist bei B. Oh, wir haben's gleich. Und dann ist es vorbei. Sauber. Sehr nice. Wir kriegen jetzt zwei Punkte dazu. Da schnapp ich mir doch gleich mal den schweren Lauf. Und einen Brust-Tragesatz. Wieso drück ich auf P, um Sachen zu kaufen? Du spielst doch nicht mal Counter-Strike. Nee, Roll. Zu viel Leucht. Ach, auf P. Achso, ich hab ihn B verstanden. Komm hier. Erstmal Dorans Blade. Luge nach Salah Abdel-Sam. Dauert an. Tja. Jetzt wird's natürlich auch schwieriger. Jetzt könnte ich mal gucken, wo der gute Parkplatz gerade ist. Ich bin auf dem Weg zu D. Ich bin hinter B lang und bin jetzt auf dem Weg zu D. Nein. Doch. Sorry. Und hier ist schon... Doch, da ist er. Ich wollte gerade sagen, hier ist schon wieder keiner mehr. Aber dann hängt er genau an E in dem Haus. Du bist auch gestorben? Nein. Nein, nein. Ich wollte eine Flash über das Haus hier rüberwerfen. Ah, dann hast du die Flash gefehlt. Okay. Ich hab die Flash gefehlt. Kann eigentlich nur rechts sein. Genau. Da ist er auch. Sehr gut. Ist er tot? Ich seh die Leiche nicht. Jetzt ist er tot. Aber auf dich wurde er auch geschossen. Oder sehe ich das falsch? So, ich bin wieder da. Aber dann versuchen wir doch gleich nochmal auf E zu gehen. Denn wir haben nur noch zwei Wellen und die noch vier. Wir dürfen... Drei haben sie jetzt so noch. Wir dürfen natürlich nicht zulassen, dass wir jetzt noch weitere dazu bekommen. Sehr gut. Aber ich glaube, keiner von uns ist tot. 80% Charlie. Ich gehe jetzt gerade durch den Fluss. Ich bin hinter dir. Nein! Lauf weg! Wo war der? Lauf weg! Ah, verdammt. Hör mich auf. Er hat sich bewegt. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass er sich nicht bewegt. Oh, fuck. Nicht so schlau. Sauber. Sauber. Der hat den noch erwischt, oder? Ja. Der Sniper? Ja. So, da bin ich ja. Lass uns erst mal D holen. D holen? Okay. Ja, der andere hat sich gut... Ich bin der, der gerade gesprungen ist. Ja. Der sich die ganze Zeit hier dreht wie so ein Bummenkreis, oder? Ja, genau. Der, der die 360s macht. Delta has been taken. Der ist halt die Jump-Skills am Haven. Ja. Hey, yo! Delta is under attack, guys! Oh, wir haben D. Wir verlieren D aber auch gerade wieder. Ich gehe unten rein. Hier oben rein. Ich schmeiß... Bravo is under attack, guys! Nee, da schmeiß ich... Ich schmeiß oben eine Blend rein. Delta is under attack! Nein! Nein! Der sitzt unten. Unten auf dem Stuhl, im Prinzip. Oben ist noch einer von uns drin. Oben ist noch einer von uns drin. Mit einer Tube. Excuse me. Der war unten. Scheiße. Oh, die Runde läuft nicht gut. Die läuft nicht gut. Ich gehe auf B. We have to take E, guys. So, wir müssen ja kurz hier eine Ansage machen. Oh! Sorry! Sorry! Okay, come with me! Come with me! So, wir gehen jetzt gerade zu dritt auf E. Where are you? Ich hole erstmal B zurück. Na? Und dann gehen wir... Wo ist er denn jetzt? First take B. Then we push E. So. Verdammt! Verdammt! Dieser Rod-Sniper, Mann! Hey, Bravo is under attack, guys! Nice. Sauber. Der ist schön. Nein! Was macht er denn? Er hat doch... Tötet das nicht... Tötet das nicht mit einem Schuss. Ah, ja. Wir müssen fixen Punkt eigentlich. Nice, man. Niederlage? Oh no. Die haben A zerstört? Ja, ja. Wann das denn? Habe ich gar nicht mitbekommen. Doch, relativ gleichzeitig war das, meine ich. Oh, 1 zu 6. Oh. Oh, da muss ich auch noch was machen. Achso, jetzt habe ich wieder hier einen Punkt frei. Nehme ich noch eine Blender mit. Ich gehe jetzt direkt auf D. Direkt auf D. Huch. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Auf D gehst du. Okay. Ja. Versuch mein Glück wieder bei C. Standardweg. Unnötig. Das gibt's doch nicht. Oh nein. Wir sitzen bei C rechts an dem... Wo bist du? Ja, genau. Genau da sitzen die. Den habe ich noch einmal getroffen. Der hat nur noch 37 HP. Sauber. Nö. Han Yolo. Waren nur zwei. Ja, ja, ja. Das waren zwei. Wie gesagt, der andere hat nur noch 37 HP. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Ich habe den nicht gekriegt. Warum habe ich den nicht gekriegt? Wir haben den nicht gekriegt. Komm, wir helfen bei C. Einer geht ins Haus rein bei Delta. Ich bin hinterm Halsstapel. Ich glaube, ich kriege den Flickshot jetzt hin, wenn der sich da gleich zeigt. Nein. Ui. Ich habe den nicht gesehen, wo der Kill von, wo der Kill war. Ist ja gerade ein sehr intensives Spiel. Also entschuldigt, auch wenn wir recht wenig sagen, aber... Hey, we're taking Delta. Ich bin an D. Delta is under attack. Achtung, mit dir. Hab einen. Noch einen. Er hat mich. Keine Ahnung, wie er das angestellt hat. We fire, den... Ne, ich habe mir auch geschossen. Deswegen. Den hattest du... Den kann das jetzt gar nicht leck werden. Du hast bei mir nämlich gerade hart geleckt. Lustig. Bei mir überhaupt nicht. Ähm, Charlie... Ich gehe Charlie verteidigen. Ja, ich komme mit. Das ist unsere Granate. Okay. Hintern haben wir... Hintern haben wir? Ne. Ach, wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir nehmen auch Delta ein. Ne, tun wir nicht. Achtung, Flash. Nein, er hat mich. Verdammt, Mann. Oben ist er. Scheiße, das gibt's doch nicht. Wir haben... Wir haben... Wir haben einen freundlichen Präsidenten, Delta. Wir werden ihn attacken. Zwei zu neun. Oh, ne, Mann. Wie viel leben noch? Wie viel leben noch von uns? Alle leben. So, ich geh jetzt zu E, ja. Ich bleib hier an Delta. Ich halte Delta einfach umkämpft. Ich hab noch... Bestimmt laufe ich wieder an irgendeinem blöden Sniper, den ich in dieser weißen Welt eh nicht sehe. Ja, ganz, ganz doll konzentrieren. Da ist noch einer. Habe ich ihn? Habe ich ihn? Achso, bei B ist einer. Den hole ich mir. Komm. Wie? Nein. Komm. Habe ich ihn getroffen gerade? Weiß ich nicht. Ne, schau dir gerade nicht zu. Der andere Chip ist gleich bei E. Ja, wir nehmen Delta rein. Nein! Los! Hat er den weggeschossen, oder nicht? Nein! Unsere letzte Welle übrigens. Nein, er hat den nicht gekriegt bei E. Das gibt's doch nicht. Den kommt da gerade bei E rein. Doch, er hat den gekriegt. Nice. Wir sind alle wieder neu geschossen, oder? Ey, komm. Wo die alle kämpfen, Mann? Richtig die Rotzrunde. Echt. Wo bist du denn? Wo mir ist Spann da. Ja. Der in letzter Welle, nicht unsere. Wir hatten eben auch letzte Welle, aber dann haben wir eins eingenommen und wieder einen dazu gekriegt. Okay, guys. We're taking Charlie. Watch it. Sehr gut. Oh, Idiot. Das wird ein schöner Teamkill. Ne, doch nicht. Er kann wegrennen. Wo ist denn der? Du kannst doch nicht im Springen schießen. Hm? Hast du ihn gekriegt? Ja. Lustig. Und wo ist jetzt der letzte, oder der was auch immer? Hast du mir nicht zugeguckt? Ne, ich bin in dem Moment wieder gespawnt, wo du gerade gesprungen bist. Habe ich mir geholt. Ich bin gesprungen, weil deine Näh durch das Fenster kam, weißt du? Deswegen bin ich schnell weggesprungen. Ey, das gibt's doch nicht. Was ist denn los, Mann? Das kann doch nicht sein. Guck dir meine Runde an. Nice. Richtig gute Runde. Ey, richtig die Rotzrunde, Mann. 4 zu 12. 4 zu 12? Ey, was soll denn das? 8, 4 und... Ich hab aber alles für meine Waffe. Ich hab einen schweren Lauf und einen Vordergriff. Und einen Red Dot. Trotzdem treff ich die Leute nicht. Ich dreh hier gleich echt völlig durch. Ich dreh so richtig am Rad. Wisst ihr, warum ich wirklich am Rad drehe? Auf meinem Weg zum Echo. Fuck yeah. Geh wieder auf Charlie. Ich auch. Mal, jetzt auch einfach mal. Auf ist auf Charlie. They're taking Charlie. Komm, komm, komm. Den müsste ich gekriegt haben. Wenn da einer war, hast du ihn. Ja, da war einer. Den hab ich da vorhin hinrennen sehen. Ja. Du hast ihn sehr schön. Oh, sehr gut. So muss das sein. Mitest kann er mehr an Charlie dran. Ja. Den hab ich auch. Scheiße, die haben A zerstört. Wir haben nur noch eine Welle. Wir müssen auf jeden Fall auf Echo gehen danach. Ja. Wir gehen durch die Tür zurück und dann aber den sicheren Weg. Jetzt nicht mitten durch den Fluss und den Rauch. Das ist mit Schusskann. Weg. Du hinter mir? Ja, ich bin Schott. Wie? Wo, Mann? Ich verstehe das nicht. Er kann durch den Rauch durchschießen, aber ich nicht, weil ich den nicht sehe, oder was? Ich war gerade bei B drin. Stand mitten in der... Stopp, stopp. Halt. Halt, stopp. Ich bin wieder da. Mann. Zwei Leute. Ey, die campen... Wo campen die denn? Wieder da. Ja, ich werde beim ziemlich genau so 10 Meter nach dem Spawn weggeholt, weil der da irgendwo campt. Mit mir noch andere Leute. Aber jetzt bist du wieder da. Ja. So, jetzt lasse ich die Spinner hier vorgehen. Oh, ist aber hier so weg. Hey, wo campt der? Ey, ich habe keine Ahnung, wo der ist, Mann. Fucking Camper, Bitch. Echt? 16 zu 3. Warum wohl? So, die Camper, Hure, ey. Meine Fresse. Oh, ey, ich habe ihn nicht. Ich treffe ihn nicht. Scheiße, das fand ich gut. Hey, lass doch deine verfickte Tube stecken. Ich glaube, vor allem, wenn du auf die Distanz, ich glaube, in den Körper triffst, explodiert die sowieso nicht. Ja, wenn du direkt in den Körper triffst, ist er trotzdem tot. Ja, ich glaube, die ist jetzt nicht hochgegangen. Ja. Würde ich nicht machen. Spiel doch nicht so offensiv. Ich glaube, das ist ein Anzeige-Bug bei uns. Der aimt doch jetzt nicht über sein Tube-Visier, oder doch? Nein. Oh, Mann. Richtig die schlechte Runde. Vielleicht solltest du am Anfang dich selber töten und einfach mir zugucken. Wahrscheinlich spannender. Ja, könnte sein. So, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich mit meinem Punkt machen soll. Ach doch, kann ich hier noch? Panzerfunk? Nee. Komm, wir gehen nicht mal, komm, wir gehen. Besser im Brust-Tragsatz. Nächste Level of Contact. Skirmish ändern. Warum nicht? Boah. Bist du mit? Ja. Ich habe keine Ahnung, wer du bist, also. Hier, der, direkt neben dir. Ja. Vor dir. Ach so, lass mich vorgehen. Hast du eine Smoke? Ja. Was soll ich smoken? Da hinten, die Tane, weißt du? Ja. Lol. Ich bin down. Ich auch. Ich habe keine Ahnung, wer da da war. Der war hinten bei der Tane. Ich habe ihn gesehen, aber ich hatte die Smoke gezogen gerade. Warum wartest du nicht, bis ich smoke? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich wusste nicht, also, ich wusste nicht, dass du schon smoken willst. Ich hätte gedacht, wir gehen erstmal in das Gebäude rein und von da aus smokest du. Warte, wir gehen nochmal in den Gleifern. Fuck, hier ist, hier ist sie doch irgendwo. Hey, bravo ist unter Attack, guys. Ich bin tot. Ey, das gibt's doch nicht. Und dann... Team kill. Nee, 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 nee. Das war die Brandgranate, die ich nicht sehen konnte. Ah, ich wurde vom Feind gekillt. Du lebst ja auch noch. Ey, das ist mein Scheiß. Null Wellen. Wir haben einfach mal null Wellen. Und wir spielen so anderthalb Minuten. Guck mal bei mir, wie knapp das gerade war. Wie knapp das ist. Ich lebe, ich spiel gerade selber. Gehen wir zu C, oder was? Oh, ich muss jetzt irgendwas. Ich gehe mal an D. Versuchen, ob ich an D noch helfen kann. So ein Scheiß. Ja, schneller, 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 schneller. Bis ran. Nein! Mann, das kann doch nicht sein. Ich raste aus. Ey, gleich klingelt mein Nachbar dann hier schon wieder. 6 zu 18. 6 zu 18. Eine KD von 0,3. 3. 3. Ich hab beste KD von uns, ne? Ich bin der einzige mit einer Positiv. Kann das sein? Ja, das kann sein. Oh, der Typ von uns, der irgendwie 22, 14 oder so, hat er das rausgegangen. Er hatte keinen Bock mehr auf sein Team. 6 Objectives. Aber du hast 6 Objectives, alles gut. Naja, also mit der KD, das ist so eine schlechte Runde. 6 Objectives hier zu haben ist... Warum mein Internet ist wieder hart am abpacken? Dein Ping? Nicht. Deck ich bei dir? Oh. Ey, ich glaube, ich bleib jetzt erstmal bei A. Ah, warte, jetzt bin ich auch gespawnt. Geht. Ähm. Zug. Nein, ich lecke. Hallo? Hallo. 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 Ach, komm schon. Hallo. Hallo. Hier, jetzt erstmal ne Runde. Satan has left the party. Ich bin wieder da. Unnötig. Hallo? Hallo. So, wer auch immer hier auf A rushen möchte, der kann mich mal sonst wo legen, nicht. Hallo? Fick dich. Du dummer Sack. Hallo. Ah, ich bin wieder da. Du kannst mich mal. Was haben die mir jetzt am Anfang anzupassen? Hab den weggeholt, den Wichser. Guck ich dir wieder zu. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Mir echt leid. Kein Problem. Heute schon die ganze Zeit beim Loll spielen. Ich glaube, jetzt ist es schon wieder. Hey, Fuggi, watch it! Wenn die mich umbringt. Oh, Mann. Und tschüss. Das war's mit Satan. Und jetzt könnt ihr nur noch mir zuschauen, wie ich die eine der schlechtesten Runden meines Lebens spiele. Oh, Gott. Hallo. Hallo. Oh, jetzt. Hier will ich straßen. Jetzt muss ich mal wieder reingehen. Jetzt hab ich die Remix. Aber du hörst mich wieder, ne? Ich hör dich wieder. Also ich hör dich. Ich hab dich die ganze Zeit schon gehört. Ich hatte so diese... Wenn ich die jetzt gleich von irgendeinem Camper geholt werde, dann rast dich echt völlig aus. Könnt ihr ja das der Wunde alleine spielen. Gingst noch in der Komplatte, ne? So, ich sitze jetzt bei B. Und nehmen das Feind ein. C wurde eingenommen. Sehr gut. D wurde eingenommen. Sehr gut. Oh, das läuft ja richtig bei uns. Und wir haben auch B. Läuft bei uns! Ich bin trotzdem noch erst, obwohl ich jetzt eine Runde fast komplett nicht mitgespielt hab. Gib mich so an. Nein! Und ich seh ihn grad. Der hat ihm grad im Visier. Ah, nein! Ja, mit der Granate triffst du nichts, Mr. Green. Wo waren die denn? Hinten war der. Hinten, neben der Tanne. Ja, sauber. Oh, Mann. 7 zu 20. Wird so hat sich mal gestorben. Oh, verdammt. Oh, verdammt. So, jetzt kaufe ich mir erst mal HP-Amo. 4 Punkte? Was mache ich denn jetzt mit den 4 Punkten? HP-Amo kaufe. Falldämpfer rauftun. So, ich campe jetzt wieder bei A. Kann ich noch einen Schluck meines kalten Erfrischungsgetränks nehmen. Du campst gar nicht bei A. Klaro, camp ich bei A. Hinter der Tonne. Hello! Natürlich camp ich bei A. Was für eine Aussage. Du campst gar nicht bei A. Äh, doch. Letztes Mal kam der mir hier genau rein. Und dann habe ich ihn sogar getroffen. Ja, Respekt. Da kommt was. Ne, doch nicht. Haha! Nein, ich bin tot! Oh, ich wurde geteam-killed. Ey, Mann. Was ist nur falsch bei euch? Ha, jetzt wurde der... Ich lebe schon wieder. Aber der wurde gekickt. Ja. Disconnected. From, with reason, disconnected. Nein! Die haben A gekriegt. Ich bin tot. Schon wieder gekillt! Ich wurde schon wieder geteam-killed. Und Bravo ist in trouble. Wir haben Hansel und Bravo. Was war denn der Bullshit? Wir nehmen Charlie. Are you mad? Puh. Ey, der wird zweimal hintereinander geteam-killed, ne? Das gibt's nicht. Komm, nicht weiter als A. In dieser Runde. Fuck. Ich bin im Molotov. Mol... Oh, es verliert nicht, C. Ich bin schon wieder tot. Oh, gut. Wir sind an B. Bist du am Leben? Nein, Mr. Greener. Ne, ich bin... Da war ein C dran. Ich war der Grund, warum C blinkte. Ja, warum rennt der jetzt weg? Weil da der Nate reingeflogen ist. Und wo rennt der jetzt hin? Den Typen holen. Hat er aber nicht getroffen. Hat er nicht getroffen, hast recht. Wir sind wenigstens am D. Wir sind wenigstens am D dran. Hol ihn dir doch. Nice. Buried? Achso, das sind ja gay Unicorns, okay. Was sagt der, wenn ich jetzt Settings eingebe? Öffnet sich so eine Seite. Build-Info-Display. Komm, nein. Jetzt nehmen die wieder D ein. Jetzt bäsch ihn weg, bäsch ihn weg. Sauber. Aber da ist noch einer. Spring doch nicht, spring doch nicht, du Jude. Nein, noch mal. Haben die sich gerade gegenseitig erschossen? Nein. Er hat den Typen erwischt und hinter dem saß noch einer. Was ist denn... Haben wir verloren? Ja, nein. Bis 5 geht's. Also müssen wir jetzt gewinnen. Ja. Das wird ja richtig... Ich hab schon wieder 2 Punkte gekriegt. Was mach ich denn damit jetzt? Äh, auch gar nicht mehr. Na, schwere Panzer, Kampf mit dem ersten. Nochmal AP-Ammo und Lampe für die Secondary. Wusste ich. Ach, jetzt bin ich gar nicht bei A gerade. Ministry, gerne. Ja, scheiße, aber wo bist du denn jetzt hingegangen? Nee, ich geh wieder zurück zu A. Ich will wenigstens den ersten Typen hier, das äh... Typen erwischen, dass sie nicht sofort A kriegen. Ach, der sitzt da. Charlie ist unter Attack. Hey, Sal, wir kommen in! Ach, jetzt geht er weg. Ja, dann setz ich mich hier eben hin. So. Mal wieder einen Schluck meines Erfrischungsgetränks. Hör auf zu schießen. Hab ihn. Oh, das war ja mehr als knapp. Ich hab aber den Typen, der auf A gehen wollte. Okay. Hab noch einen, der auf A gehen wollte. Dauer, wir haben gleich Charlie. We got Charlie, good work. Nice. Hey, we got a friendly president Delta, we were tanking it. Hey. Geil, geile Nachricht, ey. Wie soll man? Ja, das lese ich jetzt gerade zum ersten Mal. Sehr schön. Oh, diesmal fand ich mich sogar wichtig. Break-Rid. Cool. Du hältst mir gerade mal eben zugucken. Ich hatte gerade einen richtig coolen Double-Kill. Ja, ich hatte auch zwei Kills. Das war echt wichtig. In diesem Fall. Also in diesem Fall wirklich. Ich mein, ich mein ein Double-Kill, also da waren zwei Stück und ich hab den einen und dann flieg auf den anderen und weiter erwischt. Da konnten die gar nicht gucken, wie die tot waren. So, ich setz mich hier wieder bei A hin. Mach wieder, ich geh jetzt wieder auf Charlie. Oh, fuck. Oder? Ja, scheiße. Allerdings, wenn der auf die Idee kommt, sein scheiß Molly da schon von weiter weg reinzuschmeißen, ist vorbei. Mit A. Ist er wieder da? Leg mich jetzt direkt rein. Hab zwei an Charlie. Sehr gut. Nächste Runde wird besser. Steht jetzt aber 4-4, ne? Also jetzt ist die alles entscheidende Runde. Ah, ich hab ihn erwischt. Einen hab ich geholt, der wieder zu A wollte. Die haben Charlie gleich. We've just secured Charlie. Charlie. Hab einen. Oh. Sorry, sorry, sorry. I'm so sorry. Ich mach mich jetzt auf den Weg zu D. Ich schau mit C einmal von oben an und geh dann bei D rein. Ich bin oben bei D drin. Ich hab's weg. Kommt gerade. Ich komm's oben rein. Ja. Oh. Delta has been taken. We took Delta. Wichtig. We lost Charlie. Fuck. Ich hab die Hälfte von C. Ich bin mit an C dran. Achso. Drei Viertel. Jetzt gleich wieder zurück zu D. Ja, komm, 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 komm. Einer geht zu A, einer geht zu A, einer geht zu A. Ich hol ihn mir, ich hol ihn mir, bevor er A klopft. Er hat mich, er hat mich. Er hat noch 27 Health last. Unten einer, oben einer bei Delta. So, da kommt gleich einer. Da ist er. Nice. Da ist er tot. Viele leben noch von uns. Muss ich hier weg? Achso, die sind C da. Nein, 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 nein. Weil es hier drin gäb, sind alle wieder da. Gehen auf Bravo, dann geh ich auf Delta. Hab halt nix zum Sprengen mit. Willst du dich sonst mal Richtung Echo orientieren? Ja, okay. Erstmal. Hey, we're taking Delta. Erstmal D-clearen. Dran? Ja, ich bin unten dran, sitz auf dem Stuhl, hab ein Viertel. Also du nimmst auch ein? Jo. Gut. Dann geh ich jetzt mal links an Delta vorbei und komm durch die Haupttür rein. Durch die Tür links. Hab D. Und ich komm rein. Wow, wow, wow. Alles voll, alles voll aus dem Spawn, aus dem Spawn. Warte. Zwei oder drei Leute. Geh weg, guck weg, guck weg. Ich guck weg. Oh, hat mich trotzdem ganz schön geflasht. Da sind welche im Fluss? Wo sind die? Im Fluss? Einen hab ich. Ich hab auch einen. Sehr nice. Ich geh zurück. Und sie C. Ja, ich komm weg. Geh hinter'n Holzhaufen. Ah, sauber. Jetzt hab ich dreimal, drei Leute. Ach, steht da ja. Bester Mann. Oh, endlich mal. Ich habe auch drei Ziele und ich hab aber vier Kills. 23 Mal bin ich gestorben. 23 Mal. Ey, das war so die Scheißrunde, Mann. Richtig gut. Aber richtig gut nachher reingefightet wieder. Zum Glück ist sie jetzt endlich vorbei. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Let's play Insurgency. Bis dann. Haut rein.